Wie man sieht im Hintergrund, das war Inge, das war jetzt Lorenz, das war jetzt der liebe Schuss. Renatus jetzt wieder vorne im Vordergrund, Inge, also doch Ingo. Renatus. Ja, da staunen sogar Boris und Benni. Und wieder, wie ihr seht, Inge bzw. Ingo als Kräher, als krähender Thüringer. Das war jetzt er wieder. Schade, dass sie sich gerade verstecken hinter ihrem alten Fliege. So, das war jetzt Renatus. Da hinten Lorenz vielleicht nochmal. Ne, das war leider da hinten wieder Ingo, der ohne Sicheln und der laut Züchter eine Henne sein soll. Aber man sieht es ja eindeutig, dass hinten wirklich Sicheln sind und zwar nicht groß wie bei den anderen, aber der Sattel und die Striche. Also wenn das eine Henne ist, die kräht und das Federkleid so hat. Ich glaube, das ist dann was Besonderes. Ja, und hier nochmal ein Vergleich. Renatus und da hoffentlich dann eine Henne. Das ist in dem Moment, wenn ich das richtig sehe. Renate, genau, Renate. Ja, schauen wir mal, was das wird. Ja. 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 Ja.